Alle parteieigenen Stiftungen der Altparteien finanzieren BDS-Projekte mit. Ich möchte darauf hinweisen, dass hier demokratisch gewählte Abgeordnete und Sitzen aus demokratischen Parteien sitzen. Und Herr Braun, ich wäre sehr vorsichtig mit dem Zitat Altparteien. In diesem Zusammenhang aus der allerdunkelsten Geschichte ist dieses Wort zitiert worden. Immer wieder von Josef Göppels und ich gehe davon aus, dass Sie das nicht zitieren. Ich möchte immer noch darauf bestehen, dass wir uns unterscheiden von den Altparteien.